Hallo liebe Kickersfans. Wir sind jetzt fertig mit dem Abschlusstraining vor dem Spiel morgen Abend gegen Freiberg. Wir freuen uns riesig für die Zuschauer auch. Da treffen sich jetzt wieder ganz viele Freunde mit Sicherheit. Und das zu so einem besonderen Anlass zum Spitzenspiel hat man glaube ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr gehabt. So eine Kulisse, so eine Atmosphäre, solche zwei gute Mannschaften dann auf dem Platz. Und dementsprechend freut sich auch die Mannschaft riesig drauf. Die Mannschaft hat sich dieses Spiel auch verdient, braucht aber natürlich auch diese Unterstützung, die morgen ausschlaggebend sein kann. Und diese Unterstützung, dem wollen wir gerecht werden und dementsprechend auch auf dem Platz auftreten und den Zuschauern das geben, was sie sehen wollen. Und somit freuen wir uns riesig auf morgen Abend und freuen uns euch alle im Stadion zu sehen. Bis dann auf die Blaue.